Wie spät ist es? 28.30. August, 13.25 Uhr. Die Polizei räumt 13.25 Uhr. Wir dokumentieren zeitgeschichte Räume. An der Kamera ist Andy von der größten Wochenzeitung Deutschlands. Und Andy dokumentiert zeitgeschichte Räume. Er wird gleich runter rein. Wir räumen. Wir räumen hier langfahren, weil da ist ein bisschen eng. Wir wollen zeitgeschichtlich dokumentieren. Wir sind feste, wie wir zeitgeschichtlich dokumentieren. Wie sie räumen, ist das gut. Hey! 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 Kommen Sie mal hier raus. Hallo! Jetzt holzt du! Jetzt holzt du! Jetzt holzt du! Schieße mal! Armein, Polizist! Armein, Polizist! Armein, Polizist! Armein, Polizist! Ich bin korokant und das Volk hier! weiter! Die Polizei verhindert gerade massiv, dass wir die Abstände einhalten können! Bruder! weiter! Langsam, bitte, langsam wartet. Es geht's doch nicht. Es geht nicht, da vorne geht's doch weiter, Mensch. Bitte, bitte. Bildet könnten ihr mit Kettenbeam. Halt euch fest! Hey, was ist denn? Wo ist die Katrin? Weiter! Raus hier! Ja, wie schlecht! Raus hier! Raus hier! Oh, ich bin in der Zeit! Nein, nein, nein! Ich bin jetzt nach! Hoch vor und Richtung, Hochgegart, Glückwunschland. Was die Polizei hier macht ist, Ellinger! Die müssen euch anstecken, müssen euch einzelne aufordern! Seht's nicht schön! ... und die falschen Maßnahmen Es geht nicht weiter. Es wird nicht produziert, wir sind immer noch 10.000. Hat er nur Spartana gesehen? 300. Das ist eine friedliche Gruppe hier. Seid vernünftig, seid vernünftig. Wir brauchen Rücken, wir brauchen Rücken. Das ist ein unverhältnismäßiger Einsatz hier. Das ist ein unverhältnismäßiges Vorgehen. Freu hei, 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 freu hei. Fiei hei, freu 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 hei! Und wir legen die Rückknummer, die es auch hinter uns aufmehren, wenn die die Kopfhundreise. Die Polizei beginnt hier eine Straftat! Bitte die Rücken nochmal aufschrauben! Wir brauchen unbedingt die Rückhandnummern! Das ist Unfall, das ist der EFG! Wir sind Kinder und alte Leute! Wir sind Kinder und alte Leute! Wir sind alles! Wir sind eure Nummern! Wir sind die Nummern! Wir sind die Nummern! Wir sind auch keine Nummern! Auf Wiedersehen. Hört doch auf den Schotten, der hat. Die Leute fallen hin. Das wissen Sie auch. Das ist das Ziel. Ja, wohin denn? Das ist die neue Politik, die euch gerade vorgeführt wird. Genau, gewöhnt euch dran. Ich finde, Pflicht sollte sein, die Nummer sollten Sie vorne trauen. Keine Freiheit! 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 THE OPPER Einfach bitte in die Richtung weitergegen. Sie hatten doch die Möglichkeit zu gehen, warum sind es denn nicht gegangen? Und jetzt müssen Sie bitten, dass Sie sich bewegen und das müsste ich sozusagen eigentlich noch von den Gewaltkriegen sagen. Leute, habt doch Respekt, habt doch Respekt, was soll ich denn? Hey, habt doch einfach Respekt, was soll ich denn? Wo soll er denn hin? Wo soll er denn hin? Wo soll er denn hin? Ja, wo denn? Ja, ihr schiebt ja bloß, da ist kein Platz. Ja, dann lauft doch einfach, weil du so zwei Beine bewege dich. Einfach nicht laufen. Der hat doch gar nichts gemacht, der Mann. Der alte Mann hat nichts gemacht. Ich will nicht wirklich, was ihr macht. Der Mann hat nichts gemacht. Der Mann hat nichts gemacht. Das macht nichts gemacht. Das ist keine Daumen. Das macht nichts ausgesetzt. Das macht nichts funktioniert. Das macht nichts, die J suka! Das macht nichts Memory. Wie macht es nicht? Das tienen Leute destiny. Das macht nichts wie möglich denken. Die Und das macht nichts. Frieden! 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 Fried Über mich schminkt das Wort ab. Hey, hey! Die Macht! Habt ihr gesagt, Gott gesetzt, jeder hat das Recht, sich im Freien, friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Das kann durch ein Gesetz eingeschränkt werden. Ihr habt eine Verordnung als Grundlage. Jeder hat das Recht, sich im Freien, friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Das ist ein Grundrecht. Demonstranten, bitte um Goethe! Alle hinsetzen! Wo machen wir Achtung für eine Durchbrücke? Und Bürger im Univor, wir sind friedliche Bürger. Wenn ihr möglich seid, die friedliche Bürger, mit eurem Gewissen vorgeht, und bitte überlegt euch, wir sind ja alle Frieden und wir können alle für das Gleiche. Bitte überlegt euch das und geht zurück! Geht zurück! Bitte! Wir sind friedliche Bürger! Bitte geht zurück! Wir haben nicht! Wir haben nicht! Wir haben nicht! Wir sind friedliche Bürger! Wir sind friedliche Bürger! Wir haben nicht! Es geht zurück! Es geht zurück! Es geht zurück! Sie können gern vor Gericht gehen! Jeder Biermann ist die Demokratie! Auf welche Gegente habt ihr euern Reich zu schworen! Bitte geh zurück! Bitte geh zurück! Bitte geh zurück! Bürger in Uniform! Wir sind Bürger dieses Landes genauso wie wir! Bitte geh zurück! Wir sind Bürger dieses Landes! Geh zurück! Wir haben nichts gemacht! Bitte geh zurück! Jeder hat das Recht, sich zu versammeln! Friedlich und ohne Waffeln! Anderes haben wir gesagt! Im Hintergrund werden gerade Hamburger Gitter aufgebaut. Wir haben ja auch immer noch so gesammelt wie vorher! Das geht sogar! Das geht sogar! Ich glaube, ihr habt jetzt Angst zu versammeln! Ja, ich weiß nicht! 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 Wir haben lacht! Uoa! Eine Schweigeminute, vor dem Polizisten stattfindet. Wir haben unsere Grundrechte und unser Grundgesetz. Alter, wir müssen uns bezahlen. Und für uns und für Polizisten. Hau mal, mal gucken, was ich rauskomme. Kommt jetzt okay? Nee, 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 weiter nach oben. Hier, wo's abbeam? Der Kollege hat nicht mehr so zu. Schreibt euch auf! So, man, das war's. Schließt euch an! 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 Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Schließt euch an! 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 Hört aus Hetz! 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 Im Blatt geht's vor den Grenzsagen und will nicht auf dem Markel sind wir zu lassen und erraten. Die Schlau im Scherzen, die Schlaufe und Scherzen sind immer frei. Die Gedanken sind frei. Erzähl es euch, was man tun soll. Im Blatt geht's am besten an den Frauen. Im Blatt geht's für alle dragon und die Schlaufe und Scherzen sind immer frei. Es war nicht, war Kiel. Vielen Dank. 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 Ich will einfach mal... Ich muss ja... ... 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